Hallo zusammen, ich hatte mir überlegt hier am Anfang so ein Game of Thrones mäßiges What is that may never die Ding rein zu packen, aber es ist mir deutlich zu viel Arbeit für dieses Video. Diejenigen von euch, die ganz doll aufgepasst haben, mögen gemerkt haben, dass dieser Kanal seit ein paar Wochen, Monaten, Jahren relativ tot ist. Was daran liegt, dass ich nicht mehr wirklich Material für Videos habe. Und ich glaube, ich kann am besten erklären, warum, wenn ich euch Thomas nochmal vor die Schnauze werfe. Lauft nicht weg, diesmal ist es deeper als sonst. Thomas hat innerhalb der letzten Woche zwei Videos gemacht, das eine geht um Animes, das andere geht um gewisse Gestalten in seinen Kommentaren. Und bei diesen Videos sind herrliche Erklärungen, warum es relativ sinnlos ist, mit Leuten wie Thomas zu diskutieren zu wollen, oder in meinem Fall Videos über sie zu machen. Nehmen wir zuerst einmal das Anime-Video. In diesem Video präsentiert Thomas seine elegante These von, Animes waren früher so und heute sind die so. Das finde ich nicht gut. Und die beiden Animes, die er vergleicht, sind Heidi und Dragon Ball Z. Ich habe das Ganze zufällig gefunden, mir gedacht, hey, du hast noch Zeit bevor du zur Arbeit fahren musst, schreib eben einen fixen Kommentar darunter. Und ich habe darauf hingewiesen, dass erstens Heidi ein komplett anderes Genre ist als Dragon Ball Z und darum, dass in Worten von Thomas hektische Rumgezappel, was er bei Dragon Ball Z so unheimlich schrecklich findet, in Heidi logischerweise nicht auftauchen wird, weil es ein anderes Genre ist. Und wenn man ähnliche Animes aus derselben Zeit nimmt, zum Beispiel Speed Racer oder Astro Boy, findet man dieselben Sachen, die bei Dragon Ball kritisiert werden, also die schreckliche, schreckliche Hauruck-Haugewalt und das Rumgezappel in diesen Animes genauso. Und ich habe auf der Arbeit, weil ich relativ wenig zu tun habe, ein bisschen mit dem Handy rumgespielt und ab und zu mal Thomas geantwortet. Und ich habe Stunden damit verschwendet, mit ihm kommunizieren zu wollen, was dahin geendet hat, dass er sagt, nö, ich akzeptiere nicht, dass ich einen Vergleich gemacht habe, weil ich dir nicht recht geben will, Edgman, Badgman, du bist doof. Kein direktes Zitat. Und als er dem Leichte-Lehbewusst gespielt hat, hat er noch ein Video gemacht über gewisse Leute, huhuhu. Womit er unter anderem Anime-Lowly-Hitler-Typ meint. Ich kann mir deinen Namen nie merken, du ähnst nicht alle fünf Minuten. Der Typ mit dem Anime-Profil. Ihr wisst, wen ich meine. Jedenfalls wurde hier ein uraltes Video von mir rausgekramt und wurde gesagt, uh, Ferngart, du bist so böse und unddoof und blöp 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 blöp. Weil das einer meiner schön gespielten Ausraster war, in dem ich Thomas ein, ich habe es so aufgeschrieben, adäquiertes, faschistisches, menschenfeindliches Arschloch genannt habe. Oder irgendwas in der Richtung. Und, ähm, ja, Thomas übersetzt das als rückständig, menschenfeindlich und rechtsradikal. Weil scheinbar Dingsfaschismus für Thomas nicht existiert. Und logischerweise muss ich das genaue Gegenteil von Thomas sein, weil ich Thomas ja nicht mag. Also bin ich ein zukunftsdenkender, menschenfreundlicher, linksradikaler, weil Thomas keinen Mittelgrund kennt. Und darum bin ich für Sexualisierung von Kindern, für Abtreibung und dafür, dass Frauen arbeiten müssen, wenn sie zwölf Kinder haben, weil ich nicht Thomas bin und Thomas denkt, dass ich doof bin. Wenn du euch jetzt fragt, warum heult der Typ so rum, ich erkläre es euch eben ganz kurz. Oder besser gesagt, ich erkläre euch, warum ich keine Videos mehr auf diesem Kanal mache. Punkt 1. Thomas präsentiert in seinem Anime-Video zwei komplett verschiedene Dinger. Er vergleicht Äpfel mit Birnen, mit Bananen, mit Gurken. Wundert sich, dass Leute nicht wissen, was er will oder ihn darauf hinweisen, dass er vollkommen bescheuert ist für diesen Vergleich. Und dann geht er so weit, dass er nicht einmal bereit ist zuzugeben, dass er einen Vergleich macht, weil das ja in irgendeiner Art und Weise den Feind, also mir, helfen könnte. Und dann sucht er irgendeinen rausgeinzelten Kommentar von mir raus, weil er nicht mit mir argumentieren kann. Er muss versuchen, auf emotionaler Ebene zu arbeiten. Also sucht er sich die seiner Meinung nach besten Sachen raus, die er jemals gemacht hat. Er ist gegen die schwulen Ehe, gegen Sexualisierung von Kindern, wie er es nennt. Ist gegen Abtreibung oder Tötung von ungeborenem Leben, wenn es nach Thomas geht. Und ich bin ja der Anti-Thomas, also bin ich automatisch für alles. Das heißt, Thomas baut nicht nur einen Strommann über mich auf, weil er nichts über diese Sachen weiß, wie ich denke. Er weiß nicht, wie stehe ich zur Abtreibung. Er weiß nicht, wie stehe ich zur Frauenquote und sonstigen Scheiß. Er wird einfach an. Fernguard ist ja gegen mich, also muss er hundertprozentig für alles sein, was ich doof finde. Also hat Thomas innerhalb von zwei Videos mit einer kombinierten Laufzeit von nicht mal zehn Minuten, in denen sich Thomas entweder tausendmal wiederholt oder fünf Minuten Animes ohne Kommentar durchspielt, haben wir Nummer eins, einen Vergleich, der dazu aufgebaut ist, ein unwahres Bild wiederzugeben. Also Heidi mit Dragon Ball Z vergleicht und sagen, aber Animes haben sich ganz schön verändert. Zweitens ist er nicht dazu bereit, Fehler einzugestehen oder auch nur Zugeständnisse über Grundlagen der Realität zu machen. Also er ist nicht bereit zuzugeben, ja, ich habe einen Vergleich gemacht, diesem offensichtlichen Vergleich von zwei Animes. Drittens kann er nicht die tatsächlichen Inhalte seiner Gegner wiedergeben, sondern muss automatisch ein Strommann basteln. Und viertens muss er auf moralischer Ebene argumentieren oder was er als moralische Ebene wahrnimmt, weil er keine tatsächlichen Argumente darbringen kann und oder will. Und das sind vier Sachen, die du bei jedem, in Anführungsstrichen, Fanatiker findest. Egal, ob es jetzt ein Feminist ist, ein Christ, ein Muslim oder was auch immer. Argumentierst du gegen Feministen, bist du ein Antifeminist und Frauenhasser, also ganz auf moralischer Ebene. Bei Muslimen ist es derselbe Käse wie bei Thomas, nur dass meistens irgendwelche Höllendrogen mit dazukommen, bei Kreationisten ist es derselbe Bums und so weiter und so fort. Und genau darum mache ich keine Videos auf diesem Kanal, weil ich es für vollkommen fruchtlos halte, über solche Sachen zu diskutieren oder auch nur Videos zu machen, weil ich damit allgemein nichts verändern werde. Ich kann euch vorbeten, ja, die Sachen, die ihr wisst, die blödsinnig sind, sind blödsinnig. Guckt hier auf meine fünf Minuten Google-Research oder ich kann Leute anbölken, die meiner Meinung nach zu doof sind, sich die Schuhe zuzumachen. Und an diesem Punkt glaube ich, dass Thomas keine Witzfigur sein sollte, sondern dass er wirklich Hilfe braucht. Ich meine, psychiatrische Hilfe. Ich bin mir nicht sicher, dass Thomas in dieser Welt so funktionieren kann, wie ein normaler Erwachsener es sollte.